Sie brechen sie gleich vom Ostflügel aus der Rucht. Ja was, wer ist denn das? Du verlangst hier Sachen von mir. Was zum Teufel? Über die Flanken! Genau, über die Flanken. Ich krall mir euch jetzt. Bam, bam, bam. Ihr könnt hier nicht einfach das Haus kaputt machen. Mein Haus. Ich bin getroffen! Ja, das merke ich. Ich haue dir den ganzen Tag gegen den Kopf. Wow. Wir sind durch das gesamte Haus gebrochen. Genial. Sowas Geniales kenne ich noch gar nicht von dem Spiel. Okay, Munition. Flammenwerfer-Munition. Erste Hilfe. Wir nehmen erstmal alles mit hier im Keller. Ich gehe mal einfach davon aus, was der Keller ist. Wir sind zwei Stockwerke gefallen. Das ist doch jede Menge. Ach, hier sind bestimmt Tausende von diesen ekelhaften Spasten. Oh. Whisky. Ah. Wein. Aber das wollen wir nicht. Wow. Komm schon her. Also, ich glaube, die haben gar keine Chance gegen mich. Oh, was red ich da? Ich bin fast tot gewesen. Ich muss mich mal auf einen Gegner konzentrieren. Hör doch auf. Hier bin ich doch noch gestorben. Verdammt. Ich fühle mich immer zu sicher. Das geht nicht. Das ist ein No-Go. Egal. Ich habe sowieso gedacht, dass ich einen Hund von denen getroffen habe. Franky oder anderen Regen. Das ist scheiße. Weil dann sind alle gegen mich. Oh. Oh nein. Ich auch. Ach, das ist das Deckene-MG, das ihr hochschießt. Ey, der hat aber ganz schön Power. Geh da rein, bevor noch mehr rauskommen. Finde raus, wo sie reinkommen und halte sie auf. Fuck, wo war das Loch, wo ich durchgefallen bin? Ich spring einfach mal hier rüber. Okay. Ja, ich will nicht nochmal durch das Loch fallen. Ich denke mal, das ist nicht gut. Stormgewehr. Da brauchen wir nicht, nehmen wir Hot-CMS. Wenn wir mehrere finden, können wir das wieder mit reparieren. So. Das ist leer. Okay. Also hier sind wir durchgefallen. Sprung. Ähm, jetzt bin ich doch wieder hier. Naja, was soll's weiter. Ich bewege mich jetzt nur noch in großen Sprüngen hier fort. Na toll, genau an der Tür. Ja, schön. Ich hab's gemerkt. Und da ist ein Grafikfehler, ein ganzes Geschacht. Aber man sieht ihn so gar nicht. So. Mitnehmen. 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 Kennen wir alle schon. So, meine Waffe. Wo ist meine Waffe? Ach, hier. So, noch ein Stim-Pack hinein. Oh, blau. Ich schlock erstmal eine hier in den Raum rein. Ach, jetzt sind schon wieder zwei. So. Ja, Hauptsache, sie hat eine Waffe. Ja, sag nicht immer deinen Schlafenspruch. Du bist vaporisiert und du bist die Nächste. Nimm nochmal ein Pastel-Pack. Ja, die Punga. Ich hau dich jetzt Punga-mäßig zu brei. Einfach nur, weil du nervst. Doppelläufige Flinte. Okay, Schrottpatron. Ah, ich liebe Schrottwaffen. Hier ist auch nichts drin. In der Leiche. Iiih, was drin. Bah, bah. Ich bin schon wieder. Bah. Doppelläufige Flinte. Reparieren wir die mit der anderen? Boah, ey, die machen Schaden, die Teile. Ich probiere jetzt erstmal direkt eine aus. Doppelläufige Flinte. So, hier ein Quick-Safe an der Stelle. Ah, wir haben aber nicht viel Munition damit. Müssen wir sparsam sein. Jetzt erstmal durch das gesamte Haus hier rennen. Was soll denn das? Oh, 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 oh. Wo war das? Ach, hier. Ach zum Teufel! Wah, Nachladezeit. Okay, getroffen. Ich würde sagen, da bin ich aber mit meinem Schaukschwert viel schneller. Obwohl, der hat richtig gesessen. Oh, 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 oh. Ja, schnell weg. Wah. So. Die ist das, 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 das Blech, die hat keine Chance gehabt. So, der ging in den Kopf. So, ein Stimpack nebenbei. Bis wir keine Stimpacks mehr haben. Ah, komm schon. Ja, die ist auch verkrüppelt. Okay, wir haben noch einen Schuss, aber der lohnt sich nicht wirklich. Wieso gehe ich ins Menü? Ich habe überall Hotkeys. Äh, Hotkeys. So. Aber ich muss jetzt mal wissen, wie viele Stimpacks haben wir noch? 29, ja, noch genug. Ähm, Quatsch. Kann man nicht öffnen. War ja klar. So, die sind hier durchgebrochen. Wir sind da durchgebrochen. Das tut jetzt aber nichts zur Sache. Ähm, wir gucken mal hier nach Büchern. Wir können ja Souvenirs mitnehmen und dann wieder in der Bibliothek von Arlington verkaufen. Glasskrog. Ähm, Leer. Medikits. Nehmen wir mit. Drei Stück. Oh, genial. Ein komischer Rechner. Störb. Eine verschlossene Tür. Müll, Müll. Ja, ich gucke mich jetzt mal genauer um. Ich habe dazu gelassen. Wir denken da. Ja, und ihr habt beide denselben Spruch gelassen. So was nervt. Komm schon. Nicht abwehren. So, du bist tot. Auf dich haue ich jetzt richtig drauf. Jetzt stirb schon. Ja, schraub zu... Nein, nicht wegpacken. Ich wollte ein Stimpack. Jetzt komme ich mit meinen Hotkeys durcheinander. Das habe ich befeuchtet. Klar, klar. Und jetzt du. Du hast keine Chance. Du hast keine Nahkampfwaffe. What? Schnell, schnell, schnell. Die Ketsche. Oh. Hm, doppelläufige Flinter. Schrottpatron. Zwölf Stück. Okay, wir haben wieder eine Waffe. Waffen. Reparieren wir die direkt nochmal. Doppelläufige Flinter mit 75 Schaden. Oh, genial. Hallo? Hallo? Überall Kameras. Der Typ ist doch ein Freak, ey. Ähm, Löschdings, Bumsie. Hier haben wir Reserven bestimmt. Ja, nur Essen. Ah. Ich sage immer nur Essen. Das gibt auch Energie. Aber ich bin zu faul, das dann alles anzunehmen anzuklecken. So ist das. Damit ihr auch mal Bescheid wisst. Munitionskisten. Raketen. Ja, ein Raketen wäre für mich jetzt nicht schlecht. Schneidebrett. Ähm, Fisch und Bohnen. Kaffeekanne. Da hinten ist wer... Das sehe ich auf meinem... Da. Aber wer... Könnte auch unter mir sein. Da, da, da. Ich gehe einfach mal... Ähm, hier lang. Genau. Hier geht's nach oben. Wette ich. Juhu, wir sind wieder oben. Genial. Aber wo? Hm, da, da, da. Du bist kaum getroffen worden. Komm nicht rum. So, dich krieg ich. Boah, ich kann nicht mehr zielen. Boah, der hält aber viel los. Der ging daneben. Der ging in den Kopf. Und die letzte... Habe ich nicht rauskissen können. Na toll. Okay, die machen auf jeden Fall... Ach, falsche Tasse. Jede Menge Schaden. Ich versuche noch mit dem Schockschwer. Komm, einer von euch. So, perfekt getimed. Stirb. Stirb, stirb. Stirb, stirb. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen mit Abwehren zu arbeiten. Aber das klappt nicht. Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen mit Abwehren zu machen. So. Stirb, bevor ich sterbe. Wie neidlich? Du wolltest sterben? Ne, das mache ich nicht mit. Mal müsste ich jetzt protestieren. Ah, ich höre schon wieder Neue. Bla, 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 bla. Och, das ist so eintönig. So, doppel... Toppel, ja. Doppelläufige Flinte und da war noch ne Waffe. Falsche Taste. Ja, ja, durch die Leichen, das geht schneller. Jagdflinte will ich nicht. Ach, das war die. Ich will die doppelläufige. Okay. Ähm, da können wir wahrscheinlich nicht rein. Sieht auch nicht wirklich interessant aus. Was ist denn das? Mal schießen. Geht nicht hoch. Schade. So, hier liegt aber was Interessantes. Granadengäste. Stimpaks. Ah. Okay. Wir haben wieder Eindringlingslöcher plattgezogen. Wieder ein Loch weniger, durch das sie hereinkommen können. Folge mir, ich glaube. Jetzt kommt ein Sturm an den Griff. Ach, du verdammter Gammelguhl, Mann. Nerv mich nicht mit deinen Ochsen. Schnapp dir so viel Munition und Stimpaks, wie du brauchst. Das wird ein schwerer Angriff. Ja, ich hab doch gar keine... Falls du Minen hast, solltest du sie jetzt einsetzen. Denn sie könnten jeden Augenblick durch eine der verrammelten Türen hereinkommen. Falls du Minen hast, solltest du sie jetzt einsetzen. Das hab ich schon gehört, du. So, wir gucken erstmal, was wir noch haben. Ich glaub, wir haben keine Minen mehr. Vom Stück, die wir grad aufgesammelt haben.